Musik 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 So Ok Greifst du gleich alle 3 an? Ok Dann mal los Ich bin jetzt immer definitiv gemein greifen Ist dir eigentlich schon aufgefallen? Ja Ich geh nie wirklich ran oder so Sollte auch so sein eigentlich Yeah ne Vase zerschlagen Ich bin so ein Gangster Boah Das sind schon wieder 3 Den Magier Ich greif einfach den an den du am nächsten bist Das werde ich Nee ich hab einfach immer nur die Magier an 188er Quit gerade eben Ich habe 150 aufgenommen An Koppers ne bisschen mehr aber Nein ich mein 100 Ähm 15 Also 185er Quit oder ne 188 Den Scheißbogen schützen Ja da habe ich von Weitem gesehen Oh Scheiße Oh Scheiße Nein weg da weg da Warte Ich muss mal wieder aufladen Den muss mal meine Mana wieder aufladen Dann geht das schon Alter Gerade 2 Leute Das hat doch einmal passiert Hey Mieses Stück Scheiße Wow Hier ist scheiß Magier da hin Da geh ich noch mal bisschen drauf Nein Hey cool Komm nicht aus dem Essen raus Level Up Bist du tot? Du hast dabei noch volles Leben Ja weil ich gerade eben Level Up gekommen bin Ja sehr schön Ich bin gerade vor 2 Mal Wenn du ein Magier bist und du vor 2 Mal angriffen werdest Du hast uns fertig Geschichte geschrieben Der sah ein Bogenschütze und ein Magier Oh ok Das ist natürlich noch schlimmer Ja weil der Bogenschütze sich einfach mal kampf und schick macht So dann warte ich mal hier auf dich Ja ich komm gleich Kannst du ein bisschen Crash of Clans geben Da hast du das übersehen Was habe ich übersehen? Ein Golden Brace Let plus 6 und 3 ist Gold Hä? Achso ich bin die falsche Richtung gegangen Am Anfang rechts ran oder? Ja ist niemand Und die Kiste ist auch da Weil ich bin jetzt automatisch links gegangen Boah da waren noch alle Alle Monster da Echt? Ja Weil wir sie ja nicht umgemacht haben Dann komm mal her Ok da bist du ja schon Ja und du bist auch gleich aufgeladen Backflip aus dem Trinken Oder ne in dem Fall war es wieder Essen Hier gibt es wieder schön viel zum einsammeln Ja hier haben wir noch eine Flasche Ach ne warte ich wollte Flasche sagen Ach egal ist dasselbe Ja bei uns sagen die Lehrer auch immer wir dürfen ja bei unserem Berufsschule dürfen ja geschlossene Sachen mit ins Zimmer nehmen Aber der eine Lehrer von uns sagt einfach die ganze Zeit Ich unterrichte keine Flaschen Bitte leg die Flaschen auf Oh nein Oh rassistisch Wow ich hasse sie Ich rette mich Der Hals ist ne Runde da 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 hey komm her so zu zweit feld gemacht so jetzt kommst du noch in eine wunde Heilung ach was ist dein Vieh hier ist mein Vieh eigentlich auch noch hier irgendwo muss es rumschwimmen ja aber irgendwo muss es rumschwimmen weißt du ja ok dann nimm dann geh mal auf ihn und nimm ne Fett rein und wieder raus dann rein das ist ja eigentlich irgendwie standardtrick eigentlich auch ok ich triggere jetzt mal nur das geile zu du eigentlich seit jetzt in der Aufnahmezeit ist ja schon GTA 5 raus was meinst du? GTA 5 ja aber was muss ich da machen was hast du denn so zu sagen? ich habe dazu schon ein commentary gemacht aber ich kann es hier auch nochmal wiederholen also GTA 5 finde ich eigentlich das geilste Spiel bloß bin Rockstar Games nicht wirklich so geil also es gibt ja Vermutungen trotzdem noch drauf dass es eine PC Version geben wird fuck die sind im die waren im Wunsch die habe ich gar nicht gesehen man kann nicht davon ausgehen dass es wirklich noch eine PC Version geben wird und das kotzt mich halt an weil ich will mir keine Konsole kaufen um GTA 5 zu zappen ich finde eher GTA 5 wenn schon dann PC Version weil da können sie auch mehr aus der Grafik rausholen ehrlich gesagt ja und für den äh für PS4 ist es ja auch noch nicht bestätigt also es ist ja wirklich bisher nur für die ähm die 3 60 und F PS3 PS3 ja eben Xbox Lampen wie es nochmals um die 3 60 und F für Flash ja ist ein Starbating ich bin mal auf weil ich hab den schon möglich ja Stroh und die Runde ein da oben ist der Boss übrigens soll ich dich mal eine Runde heilen ne ne ich ess lieber habe ich ein bisschen mehr Zeit außerdem können die Leute dann schön mich beim Essen beobachten ich seh mal die Spinnenwehen da oben an so jetzt bin ich fertig scheiß Bogenschütze ok ok dann müssen wir taktisch vorgehen auf 1 rein 1 super taktisch so ist er wieder geschmiert was denn du unsere Taktik funktioniert super krieg dich mit deinem Schnellschuss preis Opferbogen Schütte dein Vieh ist gestorben 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 wow ich muss schnell den Bogen äh den Bogen sag ich schon krank auswählen warte mal scheiße what jetzt muss ich wegfangen renne die ganze Zeit im Kreis lass dich einfach nicht treffen ich komm so schnell wie ich kann fuck 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 das habe ich jetzt nicht erwartet scheiße bitte sterb nicht ne ich habe mich gerade nur ohne gehalt fuck dat ja er hat richtig Schaden raus der hat ja einen immensen Schaden oh scheiße ich habe mich geheilt und komm überlebe dodge einfach die ganze Zeit dodge da bin ich eigentlich aufprobiert aber ich habe es nicht geschafft das eine mal ich bin schon wieder fast da überlebe ich renne immer wieder ein bisschen raus ich hör dich schon ich hör ihn schon gut ich bin so gut wie fast da so gut wie fast da so ich bin da so das ist auch mal ich konnte jetzt nicht reden weil jetzt bin ich gestorben ok warte ich halte ihn so lange hin ja du bist jetzt gleich Owen ähm die Katakompen wo sind die Katakompen scheiße nochmals da unten so hab die Katakompen glaub du wirst es überleben du hast doch den Trang angemacht ja dann wirst du überleben das ist wirklich so scheiß blöde ey dass man dann auch keine XP mehr bekommt ja ich renne jetzt einfach so schnell wie möglich ich kann ja gut heil dich bitte der hat einen scheiß Bogen an das ist verdammt scheiße der hat wirklich so schnell dass du nicht rennen kannst dass du oder lock ihn mal raus ok aber halbisch bitte halbisch bitte weil kann ich mehr was nicht mehr ja alle aufgebraucht ok ich hab mal die Nummer 1 jetzt mach Angriff drauf mach einen Angriff drauf auf ihn kriegst du doch keine Punkte so juhu ich hab dich zuerst mal gehalten ne Runde weil ich dachte naja dachte eigentlich nix dabei aber du jetzt haben wir wieder einen Boss jetzt haben wir wieder einen Boss was haben wir da schönes bekommen was haben wir ach du hast das Ding bekommen ach achso ich kann dir den Woodstaff geben warte wo hab ich ihn denn unter Waffen ach komm mal eins ist er Warrior hab ich einen 34er hier das ist ein 36er oh das ist natürlich sehr schön das nehme ich gerne mit mir Warrior Plus 36 Schulterpolster Schulterpolster Sachen für mich bedönt Better with Iron Sword wenn ich noch ein zweites Schwert habe dann nehme ich das sogar hier habe ich Better with Iron Sword hier habe ich einen Better with Iron Sword hier habe ich einen Better with Iron Sword ist der besser? wo oh 36 Damage mehr HP doppelt so viel Critical Hit dafür keine Regeneration und kein Tempo erhöhen aber Crit ist 3,1% dann rauf mit dem Scheiß jetzt habe ich Weapon Rating 114% Leute diese Artless Iron Boots die du mir gegeben hast die 34er sind schlechter als meine 26er grünen ja grüne sind in der Regel aber das ist jetzt irgendwie lol ich habe hier in das die Amulett und ich hatte noch mein altes Amulett an das ist mir jetzt auch vorhin aufgefallen das ist mir jetzt auch vorhin aufgefallen hier habe ich noch was für Major so ein 32er Stab nur okay das ist die gleiche Wirkung das sind wie dein die habe ich am besten Flächenwirkung flächendeckend das ist für einen Magier am besten finde ich jetzt für mich persönlich ich schaue mir mal unten ein bisschen an aber ich kann es nicht versichern dass ich jetzt irgendwo wieder Tiere aufhände die uns bösartig sind okay und ich schaue mir nur noch kurz mal meine Items an so hab alter da kann ich ehrlich mal verkaufen gehen wie noch was danach finde ich reich ich habe eigentlich schon den Mark wenig ja mein Invental ist fast voll ja du bist ja immer an der Front am Kämpfen ja eben ich krieg die Sachen ja auch meistens weil ich einfach instant die ganze Zeit eh halte ne tue ich eigentlich nicht aber da Lucha King da Lucha King aber jetzt das Ding sieht echt cool aus jetzt der Magier schau mal den an da ist irgendwie so wie das Blatt rund drin ist irgendwie ja so ein richtiger Stab halt wie man ihn sich auch vorstellt mit irgendeiner Kugel oder sowas drin das ist ja wie bei wie bei Magica oder Magica kennst du Magica? Magica ist ja ja ist das ein ein Spiel ja dann kenn ichs ah egal lauf laufen ist immer besser halt sie auf Phil was habe ich gesagt lauf ein Untote ist hinter mir her fack 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 ja ja noch noch ein Schaubietel auf mich weg ist ja klar oh man ist ja nicht zu verwechseln oder nein noch Noga willst du mich jetzt völlig verarschen ach man oh wo bist denn du ich bin hier unten ich bin hier unten und schwoll grad ist den einen Untoten na komm mal raus dann lebst du die du bist du ja ja ich hab sie nur noch getötet kurz komm jetzt raus what the fuck what the fuck what the fuck wartet ja ein ganzer Truppe auf uns nein der healing stream ist etwa zu 10% noch müsste noch voll sein scheiße das war jetzt bitte ich komme zur Hilfe mein recke mein Ritter mein dieser scheiß Snautbeetle da hinten und tot er weg Snautbeetle weg und jetzt muss ich meine Sekunde äh primäre Waffe auswählen Gott das hat mich auf 80 Scharen gemacht oh weh oh weh alter der hat mich fast getötet und ich bin wieder fast level up ich bin 282 von 425 wieviel zwei